na ihr nudeln da sind wir wieder wir sind hier aber noch an der gleichen stelle und wie versprochen ich hoffe einfach dass es jetzt auch tatsächlich abgeht die fehler haben wir schon gesehen wir haben den gehirn sondenbohrer das ist doch schon mal was außer käfer käfer sind ungeil flommen worfer obwohl ich jetzt bei denen das audien kann ich habe jetzt gedacht diese kleinen knusper viecher kommen das hat dinge haben wir den gehirn sonden man auf geht's Platsch Platsch Nice Was war das? Explosion Okay, bei der reicht eine Sonne nicht Hätten wir das auch erledigt Eine Kammer voller Munition Vielleicht hättest du die mal benutzen sollen Da geht's runter Hier ist noch so eine Kammer mit Munition Denk ich mal, yes Nehmen wir alles mit Haben wir alles gern Wir kamen von Von da wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher Aber die Tür geht ja eh nicht auf Dann gehen wir einfach da rein Wo es auf geht Weg mit euch hier Ungeziefer Gesocks Jaja, so schnell geht's Ein paar Platten hier mitnehmen Ein paar Minen Die ja eigentlich ja auch gar nicht so schlecht sind Was ist das denn für ein Ding? Ein Bom-Bom-Bom Das hat der Super-Computer hier Gehen wir mal schnell durch die Waffen Wo ist es mir mein Minen-Dingens Ich hab da wohl nicht mit gerechnet, ne? So, du bist Gehenlos gleich Ich glaub gleich der ganze Kopf geht ja flöten, ne? Dusche Dusche Tür auf Hier haben wir nochmal die ganzen Käfer rum gehabt, okay Hier komm ich her, ne? Oder 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 kam ich von Hier? So viele Türen, ey Aber wenigstens ist ein Checkpoint Checkpoint speichern wir mal eben Reingehen Reingehen brauche ich ja jetzt nicht Juuuut Ähh Von hier kann man her, ne? Ich geh nochmal gucken Yes, okay Da ist der Checkpoint Dann gibt's ja nur noch diesen Weg hier Wo ich den einen ja schon bedient hab Zwei Schuss ist nicht schlecht Zwei Schuss ist nicht schlecht Ich bin allerdings auch nicht sicher Ob die Schüsse bei dem ankommen dahin Ähh Gehirnsonden Ich hab schon Schon bald keine Ahnung mehr Was ich hier am besten nehmen soll Hier komm ich auch nicht, ne? Hmmm Von da komm ich Okay, dann nehm ich erstmal Nehm ich erstmal den Weg hier Ach Ach, ich Idiot Ich, ich Idiot Das Das führt zum selben Gang Okay So, machen wir dich auch weg Guck, ob das Ding hier auch mit dem Netz funktioniert oder nicht Und doch Aha Und Platsch Sehr schön Nice Stein Die Waffe braucht halt nur ein bisschen Bis sie wirklich anvisiert hat So So, hier ist noch ein Force Shield Okay Das kann man nicht kaputt kriegen Dann werde ich wahrscheinlich hier unten gleich mal ein bisschen rumlaufen Aber man kommt sowieso wieder raus Oh, okay Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet Springe ich hier gerade auf dem Wasser rum? Ich will nicht hoffen, dass es hier irgendwo unter Wasser so einen Geheimgang gibt, den ich uns schalten muss Ich denke nicht, ne? Jetzt bin ich ja wieder leicht überfragt, weil da hinten ist ein Force Field, das kriege ich nicht kaputt Okay, ich glaube es wird mal wieder Zeit, dass ich, äh Speicher und nach den Weg schaue Bevor ich, äh, wieder hier zu lange brauche So, da sind wir wieder Ich glaube ich habe den Gang gefunden, wo es weiter geht An dem auch gleich wieder Kakerlaken kommen Wie wir alle über den Haufen geschossen haben Sieht sehr witzig aus mit den tausend Füßen In einer einzigen Stelle Firestorm coming Mh Das sieht sehr witzig aus Ich würde das löscht sogar im Dunkeln Ja, mal mit So, einfach wegwurzeln, das Ding Äh Ich würde auch den Weg frei ballern Nein, weg Nein, weg Weini Klatscht ins Gesicht Ah, schade, ich dachte, der fällt noch runter Aber noch, wenn man den, den Schredor Ich hole mir zuerst die Feder, ist doch wohl klar Nein, ah, ich, Idee Ah, ich hoffe, ich bin jetzt nicht so weit weg Oh Gott Warte mal Ja, machen wir lieber so Machen wir lieber so, ne Wir laufen den Weg doch nicht doppelt Wie heißen wir denn Wie heißen wir denn Ist auch erledigt Und das hätten wir dann auch Game saved Game saved von Platsch Union Weg bisse Alles klar Dann geht es hier erstmal weiter So, jetzt aber Welche Waffe nehmen wir denn? Kommendier mal hier Ich habe vergessen, dass die auch noch da sind Ja, am letzten Mal mit einem Schuss Das ist ein Los Mein Gott So Hier bin ich aufgemuckt Die Feder Yes Na klar Dann haben wir das auch schon mal Fette Sache Allerdings habe ich total vergessen Wo das Dings ist Also das Gerät Wo der Purple Man da rum eiert Keine Ahnung Max 60 Max 60 Max 60 Was wirst du denn für einer her? Kommst du hier um die Ecke geballert? So So Demnächstes können wir hier schnell wieder hoch Vielleicht finden wir nochmal einen Schlüssel oder so Sonst gehen wir mal nach rechts, ne? Flammen wupp wupp Ist das etwas, was den zerstören muss hier? Aha Aha Aber im Portal Dings Warp Portal Activation Schon fast wieder vergessen Okay Jetzt muss ich nur zu sehen, dass ich äh Dass ich das Warp Portal auch wieder finde Mal wieder 10 Minuten später Mal wieder 10 Minuten später Sollte ich vielleicht hier doch nochmal unter Wasser gucken? Komm ich will mir einmal Einmal so rum und schau mal ob ich hier was finde Irgendwas, was etwas anders aussieht Vielleicht Aha Wer sagt's denn Dein Oxygen ist hoch So, dann haben wir auch das Ding hier gelöst Forcefield down Forcefield down, down, down Was? Ein richtig mieses Spiel ist da, ey Dazu kann ich hier auf Wasser laufen, ey Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Und wo ich hier lange geh, ist da jetzt erstmal Wurst Komme ich ja beides zum selben So, hopp und hopp und hopp und hopp Forcefield down, sehr schön Die Linsenergie immer gerne so Weiii Und Bats Knock yourself out So Oh shit Enjoyn wir euer Hirn Und die Hirntherapie Schon geil Wie sind's viele Käfer Zählt das schon? Ne, okay Baller ich halt kaputt Ach da lang Ich denke immer die Dinger sind Türen Feuersturm Feuersturm Ach, Feuersturm resistent Alles platt machen Nur tote Bugs sind gute Bugs Oho Ist das der Mainframe? Neat Ich mach's nicht mehr lange Ich mach's nicht mehr lange Oh, mehr hab ich nicht, okay Oh, mehr hab ich nicht, okay Oh, mehr hab ich nicht, okay Oh, diese Beine ist ständig, ey Oh, diese Beine ist ständig, ey So, schön um die Ecke schwiften hier Dann haben wir den Schwachsinn Ich spring einfach runter, auch nicht schlecht Okay, man kommt hier also zurück Mainframe Mainframe Forcefield Generator Hier wird nichts mehr gegeneratet Scorpion Missile Launcher Oh, okay Oh, mit der Ding denn Nice Okay, da kommen direkt drei von den Würstchen raus Ey, mach die Tür wieder auf Mächtig Wumm Das Gerät So, hier haben wir noch einen Schlüssel Zack Uh, was ist das denn hier? Ist das der Darm von dem Raumschiff hier oder was auch immer? Man Man Tits Ihr kommt nicht Vorbei Hehehehe Alles klar Hier gibt's wieder Granaten Tschick, tschack Wupp Huch, hier muss ich mich mehr durchsprengen, okay Wollt Aber wir gehen mit dir Ungeschiefer Ungeschiefer Scheiße Scheiße Ähhhm Wir brauchen Granatros Er kommt, als geht Ne, die hier kommen Andere wär ein bisschen zu viel gewesen, ne aber jetzt sind gang jetzt vorbei Was ist diese scheiß Waffe? Ich habe keine Munition dafür. Bullseye. Man nennt mich auch Bullseye. Ja, was du kannst, kann ich auch Platsch. Schön die Gemüsesuppe hier und nach. Oh. Ein paar Granaten verschwinden dort, aber das ist nicht so schlimm. Ah. Vulkanisieren, ne, Feuer stürmisieren. Platsch. Da kann man bestimmt hochklettern. Yes. An der, an diesem Netz. Geheimgang. Das sah schon so aus wie die Tür. Ihr könnt mich nicht mehr verarschen. Full Health. Full Health ist auch in Ordnung. Geheimgang. Okay, ein Schredder. Ah, da war wohl nicht aufgepasst. Noch mehr an. Klicklucks. Ich kann aber nicht klettern. So. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Alles sehr interessant. Da ballern wir uns jetzt auch noch mal durch. Gehen durch dieses Portal. Wupp, wupp, wupp. Ich sag mal. Speichern wir mal hier. Und damit sind wir auch bei dem Video hier am Ende angelangt. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, einen Kommentar oder auch natürlich einen Daumen nach oben. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.